Die NATO möchte aufgrund ihrer Strategie der Russland-Einkreisung schon seit längerer Zeit auch Schweden als neues NATO-Mitglied aufnehmen, konnte es aber bis jetzt noch nicht dazu bewegen. Im Oktober 2014 und im Januar 2015 hatte die schwedische Marine fremde U-Boote geortet. Die Meldung wurde von schwedischen Journalisten richtig wiedergegeben. Die westlichen Medien jedoch inszenierten daraus eine Bedrohung aus dem Osten. Wie bereits in den 80er Jahren, als es zu hunderten U-Boot-Sichtungen vor der schwedischen Küste kam, wurde der Verdacht wieder auf Russland gelenkt. Am 11. Juni 2016 räumte jedoch der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist in einem Interview ein, dass es sich um ein schwedisches und ein deutsches U-Boot gehandelt habe. Eine Klarstellung für das zu Unrecht beschuldigte Russland suchte man in den westlichen Medien vergebens. Soll das neutrale Schweden so unter die Führung der NATO genötigt werden? Mehr Informationen zum Thema NATO und deren Eingreisungspolitik gegen Russland finden Sie in unserem Dokumentarfilm Die NATO-Verschwörung, welchen wir nun im Anschluss für Sie erneut ausstrahlen. Die NATO-Verschwörung 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 Die NATO-Verschwörung